Circa 8 Kilometer von Bad Königshofen entfernt liegt der Badesee Irmelshausen. Von Anfang Mai bis Ende September kann man sich hier gegen eine kleine Gebühr in die Fluten stürzen. Über einen breiten Sandstrand gelangt man in das fast 2 Hektar große Gewässer, das über mehrere Quellen mit Frischwasser versorgt wird. Zwischen Bischofsheim an der Rhön und Bad Neustadt liegt der Stausee von Burg Wallbach. Durch die sonnige Lage erreicht das bis zu 6 Meter tiefe Gewässer im Sommer schnell Betriebstemperatur. Auch hier wird Eintritt verlangt. Aber dann steht dem Sonnenbaden und Planschen nichts mehr im Weg. Kostenlosen Wasserspaß gibt es in Sulzfeld. Der Badesee bietet seinen Besuchern jede Menge Attraktionen, sowohl im Wasser als auch an Land. Seit 2008 gibt es die aufblasbare Riesenrutsche und ein Floß, auf dem man sich einfach mal treiben lassen kann.